Halvor der Händler. Fischhändler, um genau zu sein. Den knöpfe ich mir jetzt vor. Plumps, alter. Zum Glück habe ich den Sturz immerhin überlebt. Hallo. Hey, du. Hey, brauchst du Fisch? Bei mir bekommst du Fisch ganz frisch aus den Tiefen des Meeres. Geil, wäre mal zum echten Leben, würde ich da sofort zuschlagen. Zeig mir deine Fische. Aber ich werde jetzt hier natürlich keine Kohle hinblättern. Für Fische, die auch so überall am Strand rumliegen. Okay. Zunächst mal die Sache hier. Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Vermisste Leute? Das ist ein Hafen hier, Kollege. Da passiert schon mal sowas. Die See ist tückisch. Da kommt schon mal der eine oder andere ums Leben. Damit die Mannschaft wieder komplett ist, heuert der Kapitän von einem großen Schiff in einer Hafenstadt wie Korinis wieder neue Seeleute an. Wenn er keine Freiwilligen findet, dann wird der eine oder andere auch mal mit Gewalt an Bord gebracht und ist dann einfach weg. Ja, nur... Eben. Hier legt doch gar kein Schiff an, Alter. Welches Schiff soll denn das gewesen sein? Gute Frage. In letzter Zeit kamen nicht so viele Schiffe nach Korinis. Das ist wahr. Kennst du jemanden, der vermisst du? Keine Ahnung. Frag doch mal die Bootsbauer. Ja, hab ich schon. Vermisst du jemanden? Ich? Nein. Okay. Naja. Kommt schon so ein bisschen vor, als ob der ein paar Dinge vertuscht. Wer weiß. Wie auch immer. Was ist denn mit diesem Zettel? Ich glaube, dieser Zettel gehört dir. Was? Lass mal sehen. Okay, ganz ruhig bleiben. Hör zu. Du hast gewonnen. Ich habe die Waren von den Banditen weiterverkauft. Aber kein Grund, direkt damit zur Miliz zu gehen, oder? Wir können uns doch ganz bestimmt einigen, oder? A Logo. Wie gesagt, ich habe Nago schon geholfen. Ich habe dem anderen Typen da am Marktplatz schon geholfen. Und das ist jetzt die dritte Quest, die mich dann quasi auf die Spur der Diebesgilde bringt. Die werde ich natürlich auch noch zum Vorteil der Diebesgilde erledigen. Ich höre mir da nicht zu sicher. Und dann lass mal dein Angebot hören. Also gut, ich sag dir was. Ich kann dir mehr verkaufen als nur, Fischer. Wenn du mir diesen lächerlichen Zettel überlässt und die Sache vergisst, dann werden wir bestimmt gute Handelspartner. Die Probleme habe ich kaum sehen. Dafür war es dann, was kann ich immer noch sagen. Ach ja? Was für Ware soll das sein? Ich kann dir ganz besondere Fischer anbieten. Nicht nur gewöhnliche zum Essen. Du meinst solche wie der, in dem auch deine Nachricht versteckt war? Du hast es erfasst. Ich habe einige solche Fische. Fische mit Füllung. Okay. Das ist zwar auch so ein zwielichtiger, windiger Aal, aber irgendwie mag ich den auch. Ich finde den irgendwie unterhaltsam, wie er redet. Und ja, eigentlich ganz cool. Und seine Frau hat da hinten auch einen Stand. Wäre auch blöd für die, wenn ihr Mann dann hinter Gittern sitzt. Das will ich alles nicht. Das will ich nicht. Was ich will, ist jetzt einfach mal eine Runde stampfen. Weil ich habe einen Krautstampfer gefunden. Neulich. Und jetzt kann ich hier endlich im Kochtopf rühren. Geil. Ich will mich einfach stampfen sehen. So wie damals in Gothic 1. Geil. Wobei ich glaube, in Gothic 1 habe ich nie wirklich gestampft. Jetzt endlich in Gothic 2 kommen wir dazu, diese Animation mal auszuführen. So. Dann zeig mal her deine besonderen Fische. Kugeliger Fisch. So, da steht zwar kein Preis dran, aber achtet mal auf mein Gold. Die kosten sehr wohl was. Egal. Ich kaufe direkt alle von denen. Das ist natürlich nicht generell ein großer Unterschied. Also wenn ich die Gegenstände, die da drin versteckt sind, so auch einfach kaufen würde. Hey. Es gibt keine bessere Gelegenheit, um diesen Hering zu essen, als jetzt. Jetzt, wo ich hier bei Halvor am Stand stehe und eine Menge von diesen Fischen, die so aussehen, am Start habe, werde ich den Hering verzehren. Aufheilbar. Und seine Freiheit. So. Was haben wir hier drin? Einen Ring. Aber ich glaube, es ist kein... Meint er, das ist so ein Schutzring tatsächlich? Oder ist es irgendwie so etwas wie ein Silberner Ring? Also wenn das wirklich ein echtes Artefakt wäre, was da drin ist, das wäre krass. Ich meine, ich hätte jetzt einen Ring mehr hier im Inventar. Aber ich bin mir gerade auch nicht sicher. Wenn ihr es wisst, könnt ihr mal schreiben. Und hier nochmal. Drei Dietrich hier. Warum nicht? 50 Colt. Auch geil. Ich gebe Geld aus für den Fisch und dann kriege ich wieder Geld dafür zurück. Ich habe gerade Geld für Geld ausgegeben. So. Und hier. Ein Erzbrocken. Nicht schlecht. Ja. Das ist ein ganz nettes Feature, dass er hier diese besonderen Fische am Start hat. Sehr gut. So viel dazu. Dann. Schauen wir mal, welche verrückten Vögel hier noch so im Hafenviertel unterwegs sind. Bürger. Bürger. Und. Genau. Mit Edda haben wir schon gesprochen, gell? Kannst du mir eine so... Heute nicht mehr. Okay. Aber da ich ja sowieso schon gerade ein bisschen angeschlagen bin und sie mir auch erlaubt hat, in ihrer Hütte zu schlafen, werde ich die Gelegenheit direkt mal beim Schopfe packen, hier eine Nacht lang ruhen und mir dann am nächsten Tag eine Fischsuppe kochen lassen. Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leicht. Und damit natürlich so viele Fliegen mit einer Klappe schlagen, wie durch so einen einzelnen Move überhaupt nur möglich. So, ab aufs Dach. Und ja. Eigentlich habe ich hier im Hafenviertel mit allen gesprochen, bis auf zwei Leute, die ich mir aber auch nicht durch die Lappen gehen lassen will. Einer davon ist hier der Schmied. Einer von zwei Schmieden in der Stadt Corines und einer von drei Schmieden hier auf der Insel, stimmt nicht ganz im Minenthal gibt es nur welche, aber hier in dieser Corines-Welt halt. Der dritte im Bunde ist der Söldnerschmied Bennet. Und was führt dich in diese Arme geben? Was suchst du hier? Aber das hier ist nicht der Söldnerschmied Bennet, das hier ist Karl. Will ich nur nochmal erwähnen. Nicht, dass es Verwechslungen gibt. Ich habe mich verlaufen und nö. Ich sehe mich nochmal um. Aha. Dann lass dich besser nicht beim Umsehen erwischen. Scheint nämlich so, als hätten wir ein paar Liebe in der Stadt, die den reichen Leuten ihren Trempel trauen. Die Stadtwache hat letztens das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt, aber sie haben nichts gefunden. Er spricht sehr leise. Was weißt du über die Diebe? Nichts. Aber alle Bürger haben Angst und sind misstrauisch geworden. Vor allem Fremden gegenüber. Lass dich nicht in fremden Häusern erwischen. Darauf ist keiner gut zu sprechen. Ja. Vor Dieben muss man sich schützen. Am besten mit einem dicken Knöppel. Klares Statement. Kannst du mir was beibringen? Ach, ich schmiede hier ein paar Beschläge und Nägel und repariere Eisenteile. Aber vom Schmieden von Waffen verstehe ich nicht genug und dich zu unterrichten. Wenn du das lernen willst, dann geh zu Harald. Ja, der kann Waffen schmieden. Aber wenn du ein bisschen deine Muskeln trainieren willst, dabei kann ich dir helfen. Oh, da fällt mir ein. Was willst du fürs Training haben? 50 Goldstücke und ich helfe dir dabei, stärker zu werden. Ich kann dir auch zu Laris rennen. Aber ich finde es irgendwie cool, dass es halt trotzdem geht. Es ist so ein cooler, kleiner, versteckter Lehrer hier, bei dem wir ein bisschen stärker... Oh, ich kriege gerade einen Anruf. Einen Moment bitte. Okay, weiter geht's. Ähm, genau. Karl haben wir jetzt abgehandelt. Jetzt gibt es eigentlich nur noch ein PC. Ein PC, ein NPC im ganzen Hafenviertel, mit dem ich noch nicht gesprochen habe. Der lebt in dem Haus, auf dessen Dach ich gerade rumgelaufen bin. Aber bevor ich mit dem rät, checken wir erstmal auch kurz hier oben die Stadtmauer ab. Einfach nur deswegen, weil es geht und weil ich das einfach cool finde. Ich liebe das auch im echten Leben. solche mittelalterlichen Dörfer und Städter, die ja noch eine schöne Stadtmauer von damals haben, auf der man rumlaufen kann mit Überdachung und oh, wie bei The Witcher 3 auch. So. Ab hier rein in die Bude von Ignaz. Wie dieser, naja, ich will nicht sagen, Archimist heißt. Er ist eher ein Experimentierer. Da oben liegt ein Skelett. Hier steht auch ein Skelett mit Kleidung. Das ist ein bisschen eine irre Butze, die der hier am Start hat. Aber Erfahrungen sah nicht trotzdem gerne aus seinem Alchemiebuch ab. Bin mal gespannt, was der so zu sagen hat. Ah, du kommst mir gerade recht. Ich suche noch einen Assistenten für ein magisches Experiment. Du willst doch bestimmter Wissenschaft einen Dienst erweisen. Immer langsam. Sag mir erstmal, worum es geht. Ich habe einen neuen Zauber entwickelt. Einen Zauber des Vergessens. Ich konnte bereits einige praktische Anwendungen durchführen, aber mir fehlt die Zeit für einen abschließenden Test. Ja, eigentlich ein ziemlich geiler Zauber und ich habe die Ehre, der Erste zu sein, der diesen Zauber testen darf. Erzähl mir mehr über das Experiment und den Zauber. Der Zauber dient dazu, dass der Betroffene verschiedene Ereignisse wieder vergisst. Bisher konnte ich nur feststellen, dass er funktioniert, wenn der Betroffene verärgert ist, also wenn er gerade bestohlen oder niedergeschlagen wurde. Auch wenn er eine solche Tat nur gesehen hat, wird er sie wieder vergessen. Heißt das, ich soll irgendjemanden niederschlagen und dann verzaubern? Ja, ich denke, du hast verstanden, worum es geht, aber um jemanden zu verärgern, reicht es, wenn du ihn angreifst. Du musst ihn nicht niederschlagen. Bevorzugt dafür sind Leute, die alleine sind. Wenn noch weitere Personen anwesend sind, kriegst du nur Probleme mit Lord André. Und es macht wenig Sinn, den Zauber auf jemanden zu sprechen, der dich gerade angreift. Warte auf den richtigen Augenblick. Verstehe. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Ich kann dir das Brauen von Tränken beibringen. Ich kenne die Rezepte von Heilungs- und Mana-Essenzen und Geschwindigkeitstränken. Früher habe ich immer den Geschwindigkeitstrank hier als eine der ersten Sachen gelernt. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt hier noch lernen soll, aber ich finde es sehr cool, dass es geht. Okay, ich teste den Zauber. Dann nimm diese Spruchrolle und such dir ein geeignetes Versuchsobjekt. Wenn du die Sache erledigt hast, komm zurück und erzähle mir, wie es gelaufen ist. Da ist natürlich am besten ist, jemand zu verwenden, der alleine ist, ist natürlich Ignaz selbst ein perfektes Versuchsobjekt für seinen Zauber. So, war mal hier vergessen. Ich habe schon immer die letzten Male in My Let's Place das so gemacht, dass ich immer ihn selbst als Versuchsobjekt genommen habe. Drum überlege ich gerade noch, ob ich das schon wieder so machen soll. Aber man kann zum Beispiel hier Trank, Silberkelch, eine Menge cooler Sachen hatte hier am Start. Wenn man die klaut, ist er natürlich verärgert und wird versuchen, einen anzugreifen. Und das ist dann die perfekte Gelegenheit, um diesen Zauber zur Anwendung zu bringen. Man kann das auch in anderen Situationen verwenden. Aber ich weiß nicht, mir fällt gerade keine gescheite Situation ein. Komm her, ich hoch. Mir fällt jetzt halt gerade spontan nichts ein und ich will gerne die Quest jetzt, wo ich sie bekomme, eigentlich direkt machen. Darum mache ich das einfach wieder so. Ich ziehe ihm seinen Silberkelch ab und dann verwende ich den Zauber direkt auf ihn. So, da dreht er sich um. Er sieht mich. Ich glaube, ich habe jetzt schon gespeichert, gell? Dann nehme ich, was sind die wertvollsten Sachen? Silberkelch. Die Truhe, die kriege ich in der kurzen Zeit nicht geknackt. Scheiße, ich habe schon wieder Schiss, weil ich weiß, was jetzt gleich kommt. Zeig, zeig. Okay, er ist nicht so happy über die Nummer hier, wie wir schon sehen können. Ich zücke schon mal den ... ruft er, aber seine Klinge hat mich noch nicht getroffen. Das heißt, es ist noch kein Kampf entfacht. Bleib stehen, du Lump! Ich liebe die Mucke. So, okay, jetzt hat er seine Waffe wieder weggesteckt und läuft betröppelt zurück. Das ist der perfekte Moment, um den Zauber zu wirken. So, jetzt müsste... Ich hoffe nur, das hat jetzt nicht den Bürger, der da am Vordergrund stand, getroffen. Wenn ja, müsste ich noch mal neu laden und noch mal neu machen. Hallo! Warte mal! Haha! Vielleicht Honig? Zeig mir deine Ware. Na ja, hier mir Flaschdrecken. Aber hallo! Der hat diese ganzen geilen, also Schlafzauber aber auch. Aber der hat natürlich diese ganzen geilen Verwandlungszauber. Schattenläufer, Feuerwaran, Drachensnapper. Übermächtige Zauber sind es. Ich werde mich so eindecken hier. Auch Scalvy und so weiter. Da werde ich mal... Süß! Verwandlung scharf. Werde ich mal alles holen. Aber erst mal verkaufe ich hier ein grobes Bastardschwert. Das ist eine Menge wert. Und hier ein paar andere Sachen auch noch verkaufen. Okay. Dadurch habe ich jetzt schon mal 722 Gold. Warum soll ich nicht denn noch? Ich habe auch noch einen Lederbeutel. Geil. Wenn ich nicht verkaufe, kriege ich weniger als wenn ich... Naja, Perlen habe ich neulich aus den Muscheln gezogen. Verkaufe ich auch mal 2 Stück. Sägen reicht auch, wenn ich eine habe. Krallen kann ich alle raushauen. So. Okay. Sehr gut. Somit habe ich die Knete am Start. Ich kann mich hier direkt eindecken. Verwandlungszartenläufer stolz. 200 kostet das. Ist mir egal. Herr damit. Verwandlungszfeuerwaran auch. Direkt. Herr damit. Verwandlungsznepper. Alles. Ich sah ihn ja alles ab. Verwandlung Warg ist eigentlich auch noch. Was ist krasser? Verwandlung Warg oder Verwandlungsznepper? Ich glaube, Warge sind härter zu besiegen. Nehmen wir mal das. So. Wer hat so krasse silberne Schale und Silberke... Ich verkaufe ihm jetzt seinen eigenen Silberkech zurück. Ja, Mann. Geiles Leben. Okay. Ja. Ansonsten... Wobei man es jetzt hierbei erstmal... Verwandlung fällt. Irgendwas cooles will ich noch. Scavi ist der Klassiker. Verwandlung Schaf ist schon auch sehr süß. Ich kaufe einfach mal Verwandlung Schaf, was ich dann an irgendeiner schönen Stelle verwenden möchte. wenn es thematisch passt. So. Und die anderen Verwandlungsräumen, die kaufe ich mir bald. Aber jetzt noch nicht. lehre mich die Kunst der Alchemie. Zur Herstellung eines Tranks am Alchemie brauchst du eine Laborflasche. Und du benötigst unterschiedliche Pflanzen oder andere Ingredienzien für jeden Trank. Er erzieht alles weiter. Ingredienzien. So. Guck mal, einen Haltrank machen kostet eigentlich nur einen Lernpunkt. Das ist nicht viel. Hatte ich jetzt ursprünglich eigentlich erstmal nicht vor zu lernen. Aber es ist durchaus reizvoll, weil ich habe ja so viele Heilpflanzen am Start. Ich glaube, er hat hier sogar einen für einen Lernpunkt Teiltränkebrauen lernen wir auch nicht. Eigentlich finde ich Alchemie ja schon einen coolen Perk. Habe ich vielleicht inzwischen auch irgendwo einen Honig gefunden? Bin so fokussiert auf Honig. Naja. Oh, und sind die Goblinbären noch am Start? Ja. Sonnenaloe auch am Start? Glück, ja. So, was steht denn hier? Mana Elixier. Ja. Ich will aber wissen, was ein Heiltrink. Egal. So, jetzt werde ich folgendes machen. Ich werde gleich zu Laris gehen, Stärke dann. Vorher gucke ich mir aber noch kurz an. Mir wurde ja neulich die Info zugeschickt. Gesteckt vom Wirt. Cardiff in der Hafenkneipe. Das beim Feuermagier Daran in der Truhe, welche sich der Bude von Dingens befindet. Wie heißt er? Meister der Tränke. Ich bin. Wie heißt denn der noch mal? Ordnung und Chaos zugleich. Nicht Ignaz. Bei Ignaz war man gerade. Ignaz übrigens sehr cooler Name auch. Zurets. Meister der Tränke. Genau. Hier ist ja gerade der Feuermagier Nahrung zu Gast. Und hier in seiner Truhe soll ich auch noch besondere Sachen absahnen können. Ne. Ich werde es gar nicht probieren, mich jetzt hier vor den Augen der Stadtwache reinzuschleichen. Alter, es sah gerade im Augenblick so aus, als wäre ein Lederbeutel in seinen Fässern. Komplett neu entdecktes Item. Aber ich werde gar nicht probieren, mich jetzt da am Tag reinzuschleichen. Ich schlafe kurz bis Mitternacht. Die eigentliche Liebestour durch die Stadt wird natürlich erst noch kommen. Nicht jetzt. Aber bis zum nächsten Morgen. Was mache ich eigentlich? Ich will doch bis Mitternacht. Genau, bis Mitternacht. Schlafen. Sehr gut. Dann schleiche ich mich da rein. Problem ist, wenn man zu oft Oh, ich hätte zuerst bei Laris Geschicklichkeit lernen sollen. Weil dann hätte ich leichteres Spiel die Truhe zu knacken. Egal. Wie lange dauert es zu Laris zu rennen? 15 Sekunden, oder? Ich zähle kurz mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, Alter, plums, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, ja, dauert doch ein bisschen länger. Aber egal, ich pumpe kurz einige Punkte in Geschicklichkeit rein, damit der Niedrig einfach nicht so leicht abbricht. Hallo, schön, jetzt kriegt man auch mal hier im Hafenviertel die nächtliche Atmung mit. 34, Geschick, 25, das heißt, erst mal erst mal vier Lernpunkte rein. Geschicklichkeit plus eins, plus eins, plus eins, plus eins, plus eins. So, und jetzt noch mal die fünf ausnutzen, solange es noch geht. So, plus fünf. Ha, und jetzt kostet nämlich schon Geschicklichkeit gewonnen. Jetzt müsste ich schon zehn Lernpunkte für fünf ausgeben. Kann ich mir aber eigentlich immer noch erlauben, gerade habe ich immer noch 15 Stück. Und ich glaube, 15 ist auch die Zahl, die ich jetzt direkt ausgeben werde für Geschick. Noch mal 15 Lernpunkte reinpumpen oder zumindest zehn. Und dann, ja, komm, machen wir auch voll. Noch mal elf, zwölf. So, jetzt müsste ich noch elf, zwölf Lernpunkte müsste ich jetzt noch übrig haben. Äh, elf meine ich. Elf Lernpunkte habe ich jetzt noch übrig. Sehr gut. Halt! Ich habe noch nicht mit allen Yamaha 4 gesprochen. Ich war noch nicht in der roten Laterne, fällt mir gerade ein. Weil ich ja vorhin gesagt habe, ich habe jetzt mit allen gesprochen. Aber nein, natürlich nicht. Rote Laterne, checken wir noch ab. Aber eins nach dem anderen. Erstmal wird jetzt darons Truhe gelehrt, wie ich es bereits angekündigt habe. Denn mehr Spruchrollen, gerade bei diesem Playthrough, wo ich ja schon gesagt habe, dass ich die jetzt auch vermehrt verwenden werde, sind auf jeden Fall hier ein Segen für mich. Nachdem mir der so viel Kohle abgeknöpft hat, ich habe so viel bei dem gespendet, kann man auch ein bisschen was zurückkriegen. Gut, ich habe was zurückbekommen, und zwar Lebensenergie. Wie dem auch sein mag, ab da rein. So. Schleichen habe ich ja zum Glück gelernt, bei Cavallon. Sieht das hier irgendjemand? Einzige Stadtwache steht da drüben. Okay, der kriegt es nicht mit. Puh, geil. Darum hockt einfach hier im Sessel drin. Tja, was jetzt? Was jetzt? Eine Möglichkeit, was ich jetzt tun könnte, ist einfach abwarten. Oder aber, ich habe doch einen Schlafzauber am Start. Lasst ihn einfach mal verwenden. Es gibt ja noch mehr davon im Spiel. Gute Nacht, da Ron. Gute Nacht. Ich glaube, irgendwann legt er sich auch von sich aus Schlaf. So, der hält aber nur 30 Sekunden. Da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. gell? zwei, drei und so weiter. Links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, links. Boah. Oh, Alter. Das hat sich ja voll gelohnt, den Schlafzauber zu verwenden. Verdammt. Boah. Was war das? Das ist keine Ahnung. Ahnung, Mann. Was hast du hier zu sagen? nix, nix. Kluges Kerlchen. Ha. Das lief ja perfekt, Alter. Na bitte. Geh doch. Ja, ja. Okay. Glück gehabt gerade noch mal. Gerade noch mal Glück gehabt. Geil. Hey, das lief ja. Okay, Zuritzfrau, packt ihr ein bisschen rum. Legt euch schlafen, alles gut. Wie gesagt, die perfekt besser, als es gar nicht laufen können. Die eigentliche Diebes, Tour kommt erst noch. Aber, wenn ich hier jetzt schon diese Tränke und so weiter im Regal stehen sehe. Was hast du hier zu suchen? Äh? Kluges Kerlchen. Wie sieht er das? Er klettert auf dem Sessel rum. Alles klar. Ha. Das wird ein... Ah, jetzt geht er pennen. Okay. Interessant. Na geil. Die paar Sekunden hätte ich jetzt auch gleich noch warten können. Aber egal. Aber egal. Das fand ich auch cool. Dann sieht man nämlich mal den Schlafzauber im Einsatz. Wann kommt man schon an eine Gelegenheit, wo man den wirklich verwendet? Nicht so oft. Deswegen war es gut, dass ich es jetzt so gemacht habe. Und dafür auch eine Menge cooler, neuer Rollen aus seiner Truhe abgezahnt, die wir uns gleich mal reinziehen werden. Da wären zum einen zwei Vergessenszauber. Der Typ im Hafenviertel hat die gerade erst entwickelt, Ignaz. Und jetzt gibt es die hier schon überall. Das ist Gigaflott. Und noch ein paar andere Rollen, äh, wie auch immer. Die werden auf jeden Fall verwendet. Welche das jetzt genau waren, weiß ich nicht. Schlaf ist auch nochmal dabei. Aber es wird auf jeden Fall alles verwendet hier. Geil. Ach, und ich frage mich gerade. Ich habe bei Ignaz mich so fokussiert auf. Ah, Aboi Jingi Pen. Sehr gut. Ich habe mich so fokussiert bei ihm auf. Auf die ganzen Verwandlungszauber. Ich habe gar nicht drauf geschaut, ob der auch noch Feuerbälle und so Sachen am Start hat. Muss man nochmal schauen. Ich gehe eh gleich nochmal ins Hafenviertel. Ja gut, ich habe glaube ich dann, weil ich kein Gold mehr hatte, habe ich mich gar nicht mehr groß noch auf irgendwas anderes fokussiert. Aber. Ja, will die schon mal gleich nochmal abchecken. Ich bin jetzt gerade nur nochmal ins Inventar, um zu schauen, was ich noch zu Gold machen kann. Klar, die Felle würde ich jetzt einfach Bospos Lehrling direkt werden und die Felle verkaufen. Könnte ich einfach direkt eine Menge Knete machen. Aber erstmal mache ich die Muscheln hier leer. Kletcherquarz habe ich jetzt auch schon einige. Vielleicht kann ich da jetzt auch mal noch ein paar an Zuritz verkaufen. Meister der Tränke. Meister der Kristalle vielleicht auch gleich. Zeig. Hier. Findet man ja immer wieder neue im Game. Ah, Stängel Sumpfkraut. Ha, so viel brauche ich doch davon nicht. So einen Stängel habe ich glaube ich in diesem Let's Play auch noch nie konsumiert. Eine Perle verkaufe ich auch noch. Von jeder dieser Sachen will ich eins auch immer behalten. Aber man damit auch ein paar coole Sachen machen kann, aber die manchmal auch als gewisse Zutaten braucht. Aber ein paar kann ich ja verkaufen. Hätte ich so mal bei dem Honig auch gedacht, dass man die noch was Zutaten braucht. Naja, Armbrust. Werde ich irgendwann, ich werde irgendwann eine neue finden. Ich verkaufe die jetzt mal. Vielleicht werde ich es bereuen, aber so schnell werde ich noch keine 30 Stärke haben, weil ich mich erstmals noch mehr auf Geschick fokussiere. Vor allem überlegt mal, wenn wir dann bald Taschendiebstahl lernen und dann ist es auch einfach sehr nützlich, so viel Geschick schon zu haben. 41. Nicht schlecht. Eigentlich mit den Geschickwerten könnte ich jetzt schon einen viel besseren Bogen tragen, was ich auch bald tun werde, wenn mir besser in die Hände fällt. Gruß mal der Zorn Beliars. Nur will ich jetzt halt noch nicht. Egal, wie auch immer. Gehen wir erst mal da runter und gucken noch mal, was der für Spruchrollen hat. Und dann im Anschluss geht es in die rote Laterne. Wo ich in diesem Let's Play noch nie war. Karl lässt den Hammer auf den Amboss niederbrausen. So. Zeig. Ne, der hat eigentlich nur so Verwandlung und Vergessen und Schlaf und so. Okay, aber auch cool. Eben auch so spezialisiert. Na ja, dann kann ich aber hier jetzt eigentlich mit dem Verwandlungszauber noch mal zuschlagen. Feldräuber ist halt mega schwach eigentlich, aber cool zu haben. Genauso wie Scabby. Kauf mal direkt. Einfach cool zu haben, versteht ihr? Vergessen kostet 100 Euro. Alter, abzocke. Na ja. Eigentlich will ich alle Verwandlungszauber haben, um ehrlich zu sein. Weil ich es einfach cool finde, dass das geht. Aber die... Hä? Ich hab doch... Boah, zum Glück konnte ich gar nicht kaufen. Wollte ich nämlich gar nicht kaufen. Ich wollte eigentlich einen anderen Knopf drücken. Egal, die werden wir bei Zeiten uns alle rauslassen. Okay. Ja, da haben wir Ignaz Quest jetzt auch schon wieder erledigt hier. Die Nummer mit Halvor auch. Und, äh... Ja, gut. Ich glaube, dann wird es auch mal wieder Zeit beim Hafenwirt Cardiff vorbeizuschauen. Soll ich das jetzt zuerst machen? Oder soll ich erst mal noch in die rote Laterne? Na, schau... Lassen wir uns erst mal hier voll soll sein. Hey, du! Wo gehst du hin? Ganz egal, was du vorhast. Dafür ist noch später Zeit. Du stehst hier vor der Perle Korinis. Der roten Laterne. Das ist das verdammt noch mal schönste Bordell von ganz Myrtana. Seefahrer aus den entferntesten Ecken der Welt legen hier an, nur um ein paar Nächte in der roten Laterne zu verbringen. Und du hast jetzt die Chance, ja sogar die Ehre, eine Nacht mit Nadja, der leidenschaftlichsten Blüte der Götter zu teilen. Komm rein! Und du wirst erleben, wovon andere nicht mal träumen können. Komm rein! Geile Stimme, ey. Borka. Da stehst du ja draußen rum? Geh rein! Und triff dich mit der leidenschaftlichen Nadja. Dieses heiße Geschöpf der Nacht wird deinem Leben einen neuen Sinn. Ich hab mir das schon. Alles klar. Hab da rein. Borka, auf jeden Fall. Borka ist auch ein Mann der ausschmückenden Worte. Der arme Kerl kann ja... Das macht sofort. Hallo! Hey, ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern, Süßer. Sprich mit Bromor, wenn du dich amüsieren willst. Okay. Ich könnte dir nur ein paar Fragen stellen über die verschwundenen Leute. Ich könnte dir einiges erzählen, aber nicht hier, Süßer. Dann lass uns nach oben gehen. Gut. Aber vorher regelst du das mit Bromor. Ich will keinen Ärger. Das heißt, die Story zwingt mich hier dazu. eine Nacht mit Nadja zu bezahlen. Ich werde dazu gezwungen. Ich kann nichts dagegen tun. Hi, Sonja. Sprich mit Bromor, wenn du Spaß haben willst. Halt, aber redet man so mit Kundschaft? Wenn du quatschen willst, such dir eine Frau und heirate sie. Nadja ist eher so die zärtliche Einfühlsame, die sehr nett mit einem redet. Und die ist so, hey, was willst du, Junge? Aber da stehen halt auch manche drauf. Dieses Haus hier bedient alle Vorlieben. Na gut, dann wollen wir mal mit dem Herrn des Hauses ein paar Takte wechseln. Mahlzeit Bromor. Gehört dir der Laden hier? Ich bin Bromor. Das hier ist mein Haus und das sind meine Mädels. Ich mag meine Mädels. Und wenn du mein Mädels auch magst, dann bezahlst du dafür 50 Goldstücke und komm nicht auf die Idee, hier Ärger zu machen. Okay, okay. Sind deine Mädchen noch vollzählig? Selbstverständlich. Oder glaubst du, ich will wegen sowas im Knast landen? Äh, nicht volljährig. Ich meine vollzählig. Ist dir mal ein Mädchen abhanden gekommen? Ach so. Ja. Tatsächlich ist eins meiner Mädchen weg. Lucia ist ihr Name. Ich habe es auch schon der Miliz gemeldet. Aber die behaupten, bisher noch keine Spur von ihr gefunden zu haben. Die Dialoge mit Bromor immer. Okay. Ja, ja. Klar. Natürlich die Olle von Elbridge, von der wir schon gehört haben. Seit wann ist Lucia nicht mehr da? Schon einige Tage. Genau weiß ich das nicht. Ich gehe davon aus, dass sie mit einem ihrer Freier durchgebrannt ist. Das Miststück hat einen Teil meiner Ersparnisse mitgehen lassen. Es war eine sehr wertvolle goldene Schale. Wenn ich sie zu fassen kriege, kann sie was erleben. Was geht dich das eigentlich an? Willst du dich jetzt amüsieren oder was? Nö, ich mache Nachforschungen nur. Aber im Rahmen der Nachforschungen muss ich natürlich auch mich hier amüsieren. Ja. Ich will mich amüsieren. Gut. Die nächsten Stunden deines Lebens wirst du so schnell nicht vergessen. Geh mit Nadja nach oben. Viel Spaß. Alles klar. Hey, du. Lass uns hochgehen. Heute ist dein Glückstag, Süßer. Gehen wir. Gehen wir. Das ist halt die Sache. Das Add-On ist schon wieder so perfekt eingeflochten. Dieser ganze Dialog wie sind deine Mäzen noch vollzählig und so weiter. Das gibt es ja im Hauptspiel gar nicht. Aber hier gibt es den. Gleichzeitig, dass man mit Nadja nach oben gehen kann, gibt es natürlich immer auch im Hauptspiel. Dass man sich mit ihr aber über die verschollenen Leute unterhalten kann, das gibt es nicht im Hauptspiel. So. Sehr schlechte Manieren hier reinzuspickeln. Aber was geht denn hier ab? Ein Mitglied der Stadtwache. Lord André wird von deiner Tat erfahren. Nö. Ich halte natürlich dicht. Aber ich bin einfach ein bisschen neugierig, wie hier so die Zimmer aussehen, wie die eingerichtet sind. Nadja wartet auch schon auf mich. Hallo. Können wir jetzt reden? Hier oben sind wir ungestört. Roman sieht es nicht gerne, wenn wir während unserer Arbeit mit den Gästen reden, ohne dass es ihm etwas einbringt. Du willst also mehr über die verschwundenen Leute hier am Hafen erfahren, ja? Ich weiß nicht, ob ich dir eine große Hilfe sein kann. Aber ich kann dir sagen, wohin Lucia verschwunden ist. Ähm, erzähl mir von Lucia, wohin ist sie verschwunden? Genau, erstmal ein paar generelle Infos über sie einholen. Erzähl mir von Lucia. Niemand ist dir wirklich traurig darüber, dass sie weg ist. Warum? Ich glaube, es gibt niemanden hier, den sie nicht versucht hat auszunutzen. Sie war ein echtes Miststück. Oha, also laut Nadja kein so geiler Charakter, den Lucia hat. Aber natürlich wird auch gerne immer so rumgelästert drum. Ich weiß jetzt nicht, was da dran ist an dem Gerücht, aber irgendwann werden wir es vielleicht selber herausfinden. Wohin ist sie verschwunden? Sie hört sich öfter mit Elvich, dem Lehrling, des Tischlers Torben aus der Unterstadt getroffen. Ich wette mit dir, dass sie mit dem jungen Kerl durchgebrannt ist. Der junge Kerl ist jetzt irgendwo im Baditenzelt. Ich habe den befreit. Also jetzt nicht mehr, aber die Nummer sind wir schon durchgegangen. Wo könnten die beiden hingegangen sein? Wenn sie nicht von den Wölfen gefressen wurden, dann schätze ich, sind sie bei den Bauern untergekommen. Wo sollten sie auch sonst hin? Es gibt auf dieser Insel noch mehr Optionen, was du denkst. Was weißt du sonst noch? Ich habe vieles über verschwundene Leute hier am Hafen gehört. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Geschichten Glauben schenken darf. Du solltest dich mal mit den Händlern hier unten unterhalten. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Nun, was ist mit uns beiden Schätzchen? Immerhin hast du dafür bezahlt. So schaut's aus. Jetzt, wo wir schon mal hier sind. Das findet einfach so. Ich habe es immer noch drauf, alles klar. Das hier ist die rote Laterne und das war unser erster Besuch in der roten Laterne in diesem Let's Play. Ja, dann haben wir auf jeden Fall jetzt einige coole neue Infos an Land gezogen und nebenbei auch noch eine schöne Zeit hier oben drin verbracht. Wunderbar. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal werden wir hier abermals in Cardiff's Kneipe hineingehen und einfach mal schauen, ob der irgendwas Neues zum Melden hat. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Ciao.